110 illegale Migranten werden mittlerweile im Schnitt jeden Tag aufgegriffen. Die Asylzahlen in Österreich sind wieder deutlich gestiegen. Schon im vergangenen Jahr gab es ein Plus von 170 Prozent. Und im aktuellen Jahr haben sich die Anträge im ersten Quartal 2022 auch bereits verdoppelt. Wer jetzt denkt, dass es sich dabei vorwiegend um Personen aus der Ukraine handelt, der irrt. Vertriebene aus der Ukraine werden wegen der bestehenden Sonderregelung nicht dazugezählt. Die meisten Asylanträge kamen von Afghanen, gefolgt von Syrern und Tunesiern. Doch anstatt das Problem der illegalen Migration endlich an der Wurzel zu packen und die Grenzen endlich konsequent für illegale Migranten zu schließen, wurden seit Mitte 2020 bereits 13 stillgelegte Bundesbetreuungseinrichtungen reaktiviert. Scharfe Kritik dazu kommt von FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Ammesbauer. Die ÖVP verwaltet das selbstverschuldete Migrations- und Asylchaos mehr schlecht als recht, anstatt endlich wirksame Maßnahmen zur Verhinderung der illegalen Zuwanderung zu ergreifen. Wenn die schwarz-grüne Regierung nicht bald etwas unternimmt, erleben wir demnächst eine Situation wie 2015. Wie gefährlich eine vollkommen ungezügelte und unkontrollierte Zuwanderung sein kann, zeigt eine Anfragebeantwortung von ÖVP-Innenminister Kahner an FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Ammesbauer. Es ist schockierend, die Zahl der sexuellen Übergriffe ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 7% angestiegen. Hier geht es um keine Kavaliersdelikte, sondern vorwiegend um den Missbrauch von Minderjährigen und widerlichste Gewalttaten an Frauen. Dass dieses Thema auch mit der fremden Kriminalität in Verbindung gebracht werden muss, zeigt allein die Tatsache, dass fast ein Drittel der Tat verdächtigen Ausländer waren. Allein bei den Vergewaltigungen sind es sogar 43% Fremde. So der freiheitliche Sicherheitssprecher Hannes Ammesbauer. In der Vergangenheit wurden besonders grausame Fälle wie jener der misshandelten und ermordeten kleinen Leonie oder der Gruppenvergewaltigung in Linz bekannt. Die Politik muss hier endlich reagieren und weitere illegale Migration verhindern. Andernfalls werden die erschütternden Daten von 2021 leider nicht das Ende der Fahnenstange sein. Warnt FPÖ-Obmann Herbert Kickl. Doch die Regierung bleibt untätig. ÖVB und Grüne sind nur noch mit sich selbst beschäftigt. Wir haben einen Kanzler auf der Flucht. Er chattet erfolglos von einem Termin zum nächsten und ruiniert dabei die Reputation Österreichs, um den unzähligen Skandalen zu entkommen, die im direkten Umfeld seiner Partei laufend aufschlagen. Wir haben einen Innenminister, der außer einer ergebnislosen Rückführungskonferenz zur medialen Selbstinszenierung im Bereich der Migrationskrise nichts vorzuweisen hat. Und wir haben eine auseinanderbröselnde Koalition, zu der es schon wieder unzählige Umbildungsgerüchte gibt. Aufgrund dieser peinlichen Darbietung fragen sich inzwischen viele zu Recht. Ist diese schwarz-grüne Regierung überhaupt noch handlungsfähig? Wohl kaum. Wohl kaum.